Psalm 131, ein Lied Davids im höheren Chor. Herr, mein Herz ist nicht hochfertig, und meine Augen sind nicht stolz, und ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch sind. Wenn ich meine Seele nicht setzte und stillte, so ward meine Seele entwöhnet, wie einer von seiner Mutter entwöhnet wird. Israel hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. 1. Zusammenfassung Der 131. Psalm ist ein Lehrpsalm wieder die stolzen, hochfertigen Heiligen, die sich ihrer großen Gottesdienste und Heiligkeit getrösten und vermessen und nicht auf Vergebung hoffen, wie der vorige Psalm sagt. Als wollte er sagen, ich kann nicht so hoch herfahren und pochen auf meine Heiligkeit, wie die Leute tun, die auf sich selber bauen. Denn so oft ich's habe tun wollen und mein Herz nicht auf Gottes Gnade gründete und stillte oder ruhen ließ, da geschah mir wie einem entwöhnten Kinde. Ich verlor den Zitzen der Verheißung und Gnade, schrie Tag und Nacht und hatte keine Ruhe in meinem Gewissen. Darum schließe ich, dass Israel und jedermann auf Gott trauen und hoffen und sich allein auf seine Gnade verlassen soll. Diesen Zitzen lass dir nicht nehmen, das rate ich dir, denn der verheißene und künftige Christus ist drin. 2. Paraphrase aus der 1. Psalmvorlesung 1513-15 Tadel der Vermessenheit und Wissbegier und Lob der Demut und Einfalt Stufenlied Davids Herr, mein Herz oder Wille, von welchem der Stolz ausgeht, ist nicht Stolz, und meine Augen oder Sinne und Gemüt sind nicht hoch erhaben. Ich bin nicht in großen und wunderlichen Dingen gewandelt, die mir zu hoch sind. Das heißt, ich habe den Stolz meines Herzens nicht auch in die Tat umgesetzt, noch in hohe Weisheit des Fleisches. Wenn ich nicht demütig dachte und meinen eigenen Sinn vor jedermann zurücksteckte, sondern meine Seele erhob und also stolz war, so warte ich wie einer, der von seiner Mutter entwöhnt ist, obwohl er ihrer noch immer bedarf und verlöschen und sterben muss, wenn er nicht von ihrer Milch lebt. Das, das heißt, diese schlimmste geistliche Strafe, hatte meine Seele davon. Israel, das heißt, das gläubige Volk, hoffe auf den Herrn, also nicht auf seine eigene Gerechtigkeit und Weisheit, sich selber aber bekenne es als töricht und ungerecht, ohne doch zu verzweifeln, von nun an bis in Ewigkeit, das heißt, bis an der Weltende. 3. Aus Luthers Vorlesung über die Stufenpsalmen 1532-33 Einleitung Der Psalm handelt von allerlei, besonders aber geistlicher Vermessenheit. Dieser Vers handelt, wie es scheint, eigentlich fast von der gleichen Sache wie der vorige Psalm, nur, dass die Antithese zu einem Gemüt, das durch das Gefühl der Sünde bedrückt ist, deutlicher ausgedrückt ist. Bei den Theologen ist er zu einer Art Sprichwort geworden und wird zum Beispiel in der Weise angeführt, fili schare, noli nimis alte volare, das heißt, lieber Sohn, so höre doch, fliege mir nicht gar zu hoch. So wird er zu einer allgemeinen Lehre gegen allen Hochmut. Es ist eine schöne, übertragene Redeweise. Sie beschreibt das natürliche und allgemeine Gebrechen des Menschengeschlechtes, an dem wir alle leiden. Es ist ein unheilbares Übel, wenn die göttliche Gnade oder der göttliche Zorn nicht helfen, das heißt, wenn es nicht bei den Frommen durch Anfechtungen, bei den Gottlosen durch Strafen gebändigt wird. Es ist Meister, Klügling, der's Ross am Schwanz aufzäumt. Denn die Vermessenheit in Macht, Weisheit, Religion oder Gerechtigkeit ist unser natürliches Gebrechen. Das ist wahr. Unter hochmütigen Leuten ist immer Streit, denn ein Meister, Klügling, plagt den anderen. Es ist ein verdrießliches Laster, in der Macht vermessen zu werden. Solche Leute bringen nicht allein sich selber durcheinander, sondern auch Kirchen und Staaten. Sie nehmen den Frieden von den Herzen und aus den Gemeinwesen. Wenn es in den Rat oder unter die Ratsleute kommt, so ist der Teufel vorhanden. Desgleichen nimmt's in der Kirche den Frieden hinweg. Das heißt, es vermisst sich in seiner Weisheit großer und wunderbarer Dinge, danach auch in der Macht. Darum spricht man, Den soll alles Unglück an, der's will besser machen, als er kann. Aber so sind wir alle, denn niemand ist mit seinem Los, seiner Gabe und bescheidenen Stellung zufrieden. Aber es wird doch nur eitles Wesen daraus, wie Prediger 2 Vers 1 geschrieben steht. Wenn einer das tun will, was er nicht kann, und das nicht tun will, was er kann und soll. Herzog Georg hätte genug damit zu tun, wenn er sein Herzogtum regieren wollte. Er will aber die Kirche regieren. Zwingli und Karlstadt hätten ihre Gemeinden reformieren sollen, aber sie müssen die Schrift reformieren. Warum? Wegen dieses natürlichen Gebrechens, der Vermessenheit. Da hilft kein Heilmittel außer Gottes Gnade oder Zorn. Entweder gibt Gott den heiligen, demütigen Geist, oder er macht, dass sie mit ihrer Vermessenheit den Kopf einrennen. Sonst gibt's Scherben in Staat und Kirche wie bei Zwingli. Auch Israel vermaß sich seiner Macht. Da schlug die Ohnmacht die Macht der Juden. Wenn die tollen Hunde einmal ins Rennen kommen, dann hören sie nicht auf, bis sie den Kopf einrennen. So waren auch die Pharisäer in ihrer Gerechtigkeit so vermessen, bis Jerusalem geschleift war. Es sind unheilbare Übel. Durchs Wort oder Vermahnung lassen sie sich nicht bessern. Entweder hilft hier die Gnade oder stürzt sie der Zorn, das sie darlegen. Wir wollen nun freilich in Besonderen vom geistlichen Kampf gegen den Widersacher handeln. Aber es geht doch auch alle anderen Arten von Vermessenheit an. Die Vermessenheit der Macht, die Vermessenheit der Weisheit und die Vermessenheit der Gerechtigkeit. Wir sind nicht mächtig, weise und fromm oder gerecht und wollen's doch sein. Darum kommt zur rechten Stunde diese Sünde und stößt den Heiligen um, dass er verzweifeln muss. Die Torheit stößt den Weisen und die Ohnmacht den Mächtigen um. So schlug der eine Stamm Benjamin die anderen zehn Stämme, bis schließlich auch er selber beinahe ganz vernichtet wurde. Richter 20 Das kommt davon, dass kein Glaube an Gott vorhanden ist, sondern nur die Vermessenheit, die Gott nicht haben will. Wir sollen uns eben nicht vermessen, weder unseres Selbst noch unserer Kraft, weder unserer Weisheit noch unserer Macht, noch unserer Gerechtigkeit. Uns vermessen können wir freilich, aber ausrichten können wir es nicht, sondern werden das Gegenteil erfahren. Hierin sind alle Menschen ungeschickt. Da ist keiner der Gutes tue, wie Römer 3, Vers 12 geschrieben steht. Das Ende aber ist der Zorn Gottes. Diesen allgemeinen Sinn befehlen wir einem jeden, um des Sprichwortes willen, Willst du sicher und wohl wandeln, so flieg nicht zu hoch, fliegst du zu hoch, so verbrennst du die Federn. Wie auch Matthäus 7, Vers 1 geschrieben steht, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Oder Matthäus 23, Vers 12 Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Man will hoch herfahren und andere Leute verdammen. Man denkt, wenn ich selber die Gerechtigkeit auch nicht habe, so will ich doch dadurch gerecht sein, dass ich andere verdamme. Dabei richtet niemand sein eigenes Amt aus, sondern lässt es stehen und plagt dafür andere. So ist eine vertrießliche Welt, aber so ist das ganze Menschengeschlecht gesinnt, nur, dass dies Laster beim einen mehr zu spüren ist als bei einem anderen, bei Zitzro mehr als bei Demosthesis, bei König von Syrien mehr als bei König Joas von Israel, 2. Könige 13, 22 und folgende. Auch Pharao ist ein Exempel solcher Vermessenheit. Wenn ich mächtig bin, will ich König über alle Welt sein. Wenn ich weise bin, so will ich gleich der Allerweiseste sein. Dann aber wirft mich die Ohnmacht herunter und die Sünde verdammt mich. Ich verstehe den Psalm aber hauptsächlich von der vermessenen Selbstgerechtigkeit. Vers 1 Die geistliche Vermessenheit der Selbstgerechtigkeit Herr, mein Herz ist nicht hoffertig und meine Augen sind nicht stolz und ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch sind. Woher wusste er solches? Ohne Erfahrung sagt man dies nicht. Er meint es von seinem eigenen Vornehmen, als wollte er sagen, Ich habe mich dabei verbrannt. Ich tue es nimmer. Ich habe es gefühlt. Ich weiß, wie es dabei geht. Ich will mich nicht mehr meiner eigenen Gerechtigkeit rühmen und andere verdammen. Ich weiß, wie es einem dabei geht. Der hochmütige Pharisäer geht auch erst in seiner Gerechtigkeit einher und spricht Lukas 18, 12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Aber wenn das Gewissen kommt und mit einer Nadelspitze in diese Gerechtigkeit sticht, ist sie tot. Denn in der Stunde der Angst kann das Gewissen nicht die geleinste Sünde aushalten. Wie könnte es gar Berge und Meere von Sünden aushalten? Die Selbstgerechten wissen eben nicht, was das Gesetz vermag, gleich wie andere nicht wissen, was Torheit und Ohnmacht vermögen. Darum will der Prophet sagen, Danke ich dir, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne, dass du mir mein kühnes Mütlein brichst, damit ich mich nicht mehr wie ein Pharisäer für einen Vollstrecker deine Gerechtigkeit halte. Werdet nur keine Juden, die so die Gerechtigkeit vollstrecken und andere verdammen, indem sie sprechen, Lukas 18, 11 Ich bin nicht wie andere Leute. Sie richten nicht nur, sondern sie verdammen einfach. Das ist auch die eigentliche Sünde in der bürgerlichen Gerechtigkeit und Gesetzeshandhabung, dass sie sich wie ein göttliches Gericht und Tribunal vorkommen und andere verdammen. Wenn einer ein frommer Jurist oder Bürger ist, so macht er sich zu einem Abgott, in dem er alle anderen richtet, als stünden sie eine Stufe unter ihm. So steht es im Recht geschrieben, so muss man's machen. Ruft man allzu vermessen und selbstgerecht aus, gleich wie das Knechtlein in der Komödie des Terens die Habsucht seines Herrn tadelte und ausrief, ich müsste König sein. So denkt auch mancher Bauer, ja wenn ich als ein König geboren wäre, desgleichen eine Frau in ihren häuslichen Dingen und ein Schwärmer in Sachen des Predigtamtes. Sie meinen alle vermessen, wenn ich König oder Priester wäre, ja dann. Wenn da der Heilige Geist nicht Maß bei uns hielte und uns nicht lehrte, dass all solche Gerechtigkeit nur äußerliche Gesetzeswerke sind, durch die wir nicht besser sind als andere Leute, dann würde jedermann vermessen. Denn solche Gerechtigkeit hat einen gewissen Schein, aber vor Gott verliert sie ihren Wert. Die Leute wissen eben nicht, wie es mit ihnen steht, spricht der Prophet. Wenn sein Stündlein kommt, verzweifelt der Mensch. Ich habe zu Erfurt Theologen gesehen, die untahledig gelebt haben, aber in der Todesstunde nahmen sie ihre Zuversicht zu den närrischen Dingen und ließen sich eine Mönchskutter anziehen. Ich kannte einen herrlichen Juristen da selbst. Ach was war er nur, zur Stunde des Todes ein armes Schwein. Da war alles verloren. Er rief aus, ach wäre ich lieber ein Wechselbalk geworden als ein Rechtsgelehrter. Wenn die Gefahr über einen kommt, dann verliert er all seine Kunst wie Cicero vor der Macht des Augustus und Antonius und der Mostenus vor Antipater. Darum steht auch geschrieben, Sprüche 17, 19, Wer hoch baut, der ringt nach Einsturz. Dennoch hören die vermessenen Gedanken nicht auf. Wenn doch ich König wäre, wenn doch ich Prediger werde, so haben jetzt auch unsere großen Hansen zu Wege gebracht, zu regieren und tun, was sie doch nicht verstehen. Daraus wird mit Recht ein Unglück übers Andere. Davon gibt es Aufruhr, Mord und Zerstörung im Reich. Es ist alles nur die Vermessenheit. Darum purzelt einer über den anderen. Es geht, wie Titus Livius vom römischen Reich sagte, es scheint weder die Laster noch die Heilmittel gegen sie ertragen zu können, sondern einfach an seiner eigenen Last zugrunde zu gehen, wie ein Gebäude, das zu hoch gebaut ist. Ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch sind. Das ist die Vermessenheit, in der man sich für sehr gerecht und heilig vor anderen Leuten hält und meint, man säße in Gottes Schoß und nichts mehr weiß von Versöhnung und Vergebung der Sünden, sondern denkt, ich bin heilig, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. In der Stunde des Todes aber heißt es, ach, wäre ich doch kein Mönch gewesen, denn ich habe ja meinen Orden nicht gehalten. Sie wollten eben zu hoch hinaus und nicht in Demut unten bleiben. Die von solchen Anfechtungen nicht geplagt werden, die sterben dahin wie das Vieh. Psalm 49, 21 So bekennt er also mit diesen Worten seine eigene Erfahrung, dass er über Zaun und Schanze hinausgesprungen sei und sich dabei verbrannt habe, als wollte er sagen, ich habe es wohl erfahren, was für ein Ding es ist, auf die eigene Gerechtigkeit zu vertrauen. So klagen auch alle Heiligen über diese Sünde, die uns allenthalben umgibt, Hebräer 12, Vers 1, die so tief in uns sitzt und uns herunterzieht. So geht es auch heutzutage. Wenn die Leute das Evangelium einmal gehört haben, dann wissen sie es schon. Den Unterschied zwischen Hören und Tun wissen sie nicht. Vers 2 Wenn ich meine Seele nicht setzte und stillte, so ward meine Seele entwöhnt, wie einer von seiner Mutter entwöhnt wird. Es sind Worte höchster Erregung. Ich habe mich beschwichtigt und heruntergezogen und zu meiner Seele gesagt, schweig, still und trotze nicht. Stillen heißt hier, so viel als zunichte machen, wie Hosea 4, Vers 5 geschrieben steht, ich habe deine Mutter gestillt in der Nacht. Das heißt, ich habe Synagoge und Jerusalem so geschleift, dass weder Hund noch Kuh mehr da selbst zu finden sind. So spricht auch der Psalm 46, 11. Seid stille, das heißt, trotzt und pocht nicht. Der Prophet will also sagen, Wenn ich mich nicht herunterließ, sondern hoch einher stolzieren, scharren und pochen wollte, wenn ich mich also nicht demütigte, dann ging mir es wie einem, der von seiner Mutter entwöhnt wird. Wenn ich nicht abließ vom Vertrauen auf die Gerechtigkeit des Gesetzes, als ob ich Gott nach dem Gesetz geehrt hätte, wenn ich mich nicht als Sünder bekannt und gesprochen hätte, ich weiß wohl alles, was du gebietest, aber gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, Psalm 143, 2, wenn ich vielmehr noch stolz in meiner Gerechtigkeit einher ginge, dann hätte ich zum Lohn, dass es mir ginge wie einem Kind, das von seiner Mutter entwöhnt wird. Es scheint ein gar geringes Gleichnis von einer sehr großen Sache zu sein und doch ist solch Kind ein großes lebendiges Ding. Wenn es entwöhnt wird, sieht man, dass es zum Leben erwählt ist. Die Entwöhnung aber ist seine Anfechtung und Verdammnis. So ist es auch meine große Anfechtung, wenn ich den Trost der Vergebung und Versöhnung, diesen dröstlichen Zitzen Christus, nicht habe, der mich drängt und nicht nur auf seinen Knien hält, sondern an seiner Brust. Wenn die Mutter nicht zu Hause ist, dann ist ein Kind nicht froh. Desgleichen auch meine Seele nicht, wenn ich Gottes Trost und Verheißung verloren habe. Das ist wahr. Man muss dabei Gesetz und Evangelium unterscheiden. Das Gesetz ist notwendig, um jenen Hochmut und jene vermessene Selbstgerechtigkeit zu zerstören. Anderen Arten von Vermessenheit, nämlich vermessener Weisheit oder Macht, kann man leichter zureden. Bei der vermessenen Selbstgerechtigkeit aber hilft nichts. Als wenn die Verzweiflung und Verzagtheit und der Teufel selber kommen mit dem Gesetz. Dann versinkt sie in Verzweiflung wie Judas und kann niemand mehr helfen außer Christus. Wenn das Gewissen von den Sünden gebissen wird, da hilft nichts als Gottes Versöhnen. Ist sein wahrhaftiges Gewissen, das also über wirkliche Sünde erschrocken ist, die es verdammen und in die Hölle ziehen wollen, da gehört auch wahrhaftige Versöhnung dazu. Denn die Versöhnung geht nicht mit erdichteten Sünden um, sondern mit solchen, die töten und ewig verdammen. Darum soll man angefochtenen Gewissen diesen Trost und Zitzen erhalten. Wenn einmal die Selbstgerechtigkeit vorhanden war und Moses stößt mit seinem Gesetz und seinen Hörnern 2. Mose 34, 29 auf uns, sodass seine Reden uns unter die Augen gehen, dann muss ein anderer Prediger kommen und ein Wort des Trostes sagen. Christus. Das ist der Zitzen, von dem hier die Rede ist. Gleich wie ein Kind leidet, schwach wird und stirbt, wenn seine Mutter nicht da ist, so leide auch ich, wenn ich den Zitzen und Schoß nicht habe. Denn das Evangelium ist der Zitzen und Schoß Gottes. Durchs Evangelium hat er uns geboren, nährt und hegt er uns. Es mögen wohl etliche sein, die sich hoch vermessen. Sie verstünden das alles. Aber der Teufel ist ein tausend Künstler. Er kann dir die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium durcheinander bringen, sodass du das Gesetz als Evangelium und das Evangelium als Gesetz ergreifst. Er kann dir aus dem Evangelium Sprüche anführen, die in Wahrheit Gesetz sind. Zum Beispiel Matthäus 19, 17 Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Oder Matthäus 7, 21 Es werden nicht alle, die zu mir herhersagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Die sollen dich ins Gesetz führen, dass du nichts anderes mehr siehst, als nur, was man tun muss, als nur das verdammende Gesetz. So nimmt er dir Christus hinweg, sodass du von seiner Verheißung nichts mehr siehst. Darum soll nur niemand meinen, er wisse wohl Gesetz und Evangelium zu unterscheiden. Denn es ist hier nicht mit Worten getan, sondern hier musst du in Schrecken und Nöten angesichts des Zorns und Gerichts Gottes ein guter Dialektiker sein. Hier geht es um das Gesetz, das zu dir spricht, du hast den Willen des Vaters nicht getan. Ja, sprichst du, nun will ich ihn aber tun. Wie denn? Ich will an Christus glauben, wie Johannes 6, 68 geschrieben steht, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er will's, dass ich von ganzem Herzen auf ihn trauen und an ihm hangen soll. Wer die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium so zur rechten Zeit trifft, wohl ihm. Aber der Teufel lässt einen nicht gern dahin kommen. Da muss Gott handeln, wie die Mutter tut, die ihre Zitzen dem Kind in seinen Mund hängt, weil sonst stürbe. Das ist die große Gefahr der vermessenen Selbstgerechtigkeit. Die politische Vermessenheit ist so gefährlich nicht, aber in der Kirche ist die Gerechtigkeit das Hauptstück. Eine Gerechtigkeit, bei der keinerlei Vermessenheit sein sollte und doch die allergefährlichste herrscht. Denn der Teufel geht gern unter die Kinder Gottes. Darum soll nur niemand meinen, er hätte sein Fleisch schon gezähmt und es wäre schon tot. Denn es streitet alle Zeit wieder den Geist. und niemand soll sich damit schmeicheln, als verstehe er die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium gut. Verstehst du sie gut? So siehe zu, dass du fest darin werdest. Aber in diesem Leben vermagst du es nicht. Du bist noch nicht vollkommen. Diese Entwöhnung ist die Vergeltung für meine Seele, oder? Das hat meine Seele davon. Dieser Vers zeigt an, von welcher Vermessenheit er gesprochen hat, nämlich von der vermessenen Selbstgerechtigkeit, die gegen den Glauben und gegen die Hoffnung ist. Darum gilt es nicht, eine allgemeine Sentenz über alle Arten von hohen Dingen daraus zu machen, über Vermessenheit in Weisheit oder Vermessenheit in Macht, sondern man muss bei der Vermessenheit der Selbstgerechtigkeit bleiben. Hier ist die Kunst dagegen. Vers 3 Vermessen soll man nur sein im Glauben und in der Hoffnung. Israel hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Das heißt, denkt daran, lernet und wisset, dass alles an der Tötung der Vermessenheit eurer Selbstgerechtigkeit liegt und dass das Gesetz und die guten Werke nichts helfen, sondern allein das Trauen und Hoffen auf den Herrn den Stich hält. Und solches soll nicht nur einmal, nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern nun und immer gelten. Das heißt, euer Herz soll fest werden durch die Gnade, dass ihr nicht allein gestern, heute und morgen, sondern bis ans Ende vertraut, sodass nun die geschenkte ewige Gerechtigkeit der Vergebung der Sünden gleichsam unser Stolz und unsere Vermessenheit ist. Gute Werke soll man schon tun, will ich auch tun, habe ich auch getan, aber auf sie vertrauen will ich in Ewigkeit nicht mehr, sondern mein einziges Vertrauen und meine einzige Hoffnung soll die Barmherzigkeit sein, die Gott verheißt und schenkt. Das ist ein getrostes und gewisses Vertrauen, denn Gott hält seine Verheißungen treulich. Und gleich wie er seine Verheißungen hält, so will auch ich treulich und beständig das Vertrauen halten. Der Teufel aber lässt uns wohl heute vertrauen, aber morgen greift er aufs Neue an. Darum muss man diese Lehre in vielen Kämpfen lernen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Epheser 6, Vers 12 Die uns entweder in Verzweiflung stürzen oder zur Vermessenheit erheben wollen. Gott aber stürzt uns herunter, um uns zu erheben. Er führt in die Hölle und wieder heraus. 1. Samuel 2, Vers 6 Er nimmt uns den Zitzen aus dem Mund, dass wir nur noch Verzweiflung und Gottesferne sehen und von unheilbarer Traurigkeit erdrückt werden. Aber wenn du das erfährst, dann bleibe nicht in der Traurigkeit, sondern erhebe das Herz zum Vertrauen auf Christus. Da kannst du von den Toten auferstehen und aus Verderben und Verdammnis selig werden. Die Barmherzigkeit Gottes ist der Himmel über deinem Haupt, unter dem du gehen kannst. Die schöne Decke, Dach und Hütte zum Schatten vor der Hitze des Tages, wie es sei ja 4, Vers 6 geschrieben steht. Unter diesem Gewölbe kannst du sicher sein gegen den Zorn Gottes, die Verzweiflung und den Tod. Wenn du aber aus diesem Schatten gehst, sticht dich die Sonne gewiss. Dieser letzte Vers ist die Zusammenfassung des ganzen Psalms, welcher von der verdammenswerten Vermessenheit der Selbstgerechtigkeit handelt und rät, dagegen zu kämpfen mit ewigem Glauben an die Barmherzigkeit Gottes. So ist's recht und so werden wir bleiben. Viertens, nachlese zu Vers 1. Ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch sind. Wenn der liefländische Prophet Melchior zu dir kommt, so nimm ihn nicht freundlich und nicht in dein Haus auf. Ich habe böse Briefe leiden müssen, weil ich ihm einmal in meiner Torheit ein Zeugnis gegeben habe. Denn daraufhin hat er dort die Prediger verachtet. Der Mensch und sein Geist gefallen mir durchaus nicht, denn ohne Befehl und Berufung wandelt er in großen Dingen, die ihm zu hoch sind. Psalm 131, Vers 1 Wenn er zu dir kommt, dann erinnere ihn an seinen Beruf, das heißt, sag ihm, er soll Pelze machen und das Weissagen lassen, bis man ihn nach ordentlichem Verhör und Gericht in der Gemeinde zugelassen habe. Gnad und Friede in Christus Tugendsame liebe Frau, es hat mir euer lieber Bruder Hieronymus Weller angezeigt, wie ihr hoch bekümmert seid mit der Anfechtung von der ewigen Vorsehung. Das ist mir wahrlich leid. Christus, unser Herr, wolle euch davon erlösen. Amen. Denn ich kenne die Krankheit wohl und habe bis auf den ewigen Tod in dem Spital gelegen. Nun wollte ich außer meinem Gebet auch gerne raten und trösten. Mit Schriften ist es in solcher Sache ein Schwachding. Dennoch will ich es nicht lassen und tun, so viel ich kann. Gott wolle Gnade dazu geben und ich will euch auch zeigen, wie Gott mir davon geholfen hat und mit welcher Kunst ich noch täglich mich dagegen schütze. Erstlich müsst ihr fest in euer Herz fassen, dass solche Gedanken gewisslich des leidigen Teufels einblasen und feurige Pfeile sind. Solches sagt die Schrift, wie Sprüche 25, 27 geschrieben steht, Wer der Majestät Höhe erforscht, der wird unterdrückt. Nun sind aber solche Gedanken lauter Erforschung der göttlichen Majestät und seiner hohen Vorsehung. Und Jesus Sirach 3, Vers 22 spricht, Du sollst nicht forschen, was dir zu hoch ist, sondern was dir Gott geboten hat. Dessen nimm dich an, denn es kommt dir nichts, das du gaffst nach dem, das dir nicht befohlen ist. Und David klagt auch Psalm 131, dass er übel damit angelaufen sei, wenn er hohe Dinge hat erforschen wollen. Darum ist es gewiss, dass solches nicht aus Gott, sondern aus dem Teufel kommt. Der plagt ein Herz damit, auf das der Mensch Gott sein werden und verzweifeln soll. Das aber hat Gott im ersten Gebot hart verboten und will, dass man ihm trauen, ihn lieben und loben soll, wovon wir leben. Zum anderen, Wenn euch nun solche Gedanken einfallen, dann sollt ihr lernen zu fragen, Lieber, in welchem Gebot steht denn, dass ich daran denken oder davon handeln soll? Wenn sich dann kein Gebot findet, so lernt sprechen, Ei, so heb dich leidiger Teufel, du willst mich dahin treiben, dass ich für mich sorgen soll, wo doch Gott allen Teilen spricht, ich solle ihn für mich sorgen lassen. Denn er spricht, ich bin dein Gott, das heißt, ich sorge für dich, halte mich dafür und warte, was ich dich heiße und lasse mich sorgen. Wie St. Petrus 1. Petrus 5, Vers 7 lehrt, Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch. Desgleichen David Psalm 55, 23, Wirft dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. 3. Wenn nun die Gedanken nicht so bald ablassen, wie wenn der Teufel ungern ablässt, so dürft auch ihr wiederum nicht ablassen und müsst immer das Herz davon abwenden und sagen, Hörst du nicht, Teufel, dass ich solche Gedanken nicht haben will und Gott sie verboten hat? Heb dich! Ich muss jetzt an seine Gebote denken und lasse ihn derweil für mich selbst sorgen. Du bist ja so klug in solchen Sachen, so fahre hin gen Himmel und disputiere mit Gott. Der kann dir genug antworten. So sollt ihr den Teufel alle immer da von euch weisen und das Herz zu Gottes Gebot kehren. 4. Unter allen Geboten Gottes ist das Höchste, dass wir seinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, uns vorbilden sollen. Der soll unseres Herzens täglicher und vornehmster Spiegel sein, darin wir sehen, wie lieb uns Gott hat und wie er als ein frommer Gott so hoch für uns gesorgt hat, dass er auch seinen lieben Sohn für uns gegeben hat. Hier, hier, sage ich, lernt man die rechte Kunst von der Vorsehung und sonst nirgends. Da wird sich's finden, dass ihr an Christus glaubt. Glaubt ihr, so seid ihr berufen. Seid ihr berufen, so seid ihr auch vorhergesehen oder erwähnt. Diesen Spiegel und Thron der Gnade lasst euch nicht aus den Augen des Herzens reißen. Und wenn solche Gedanken kommen und beißen euch wie die feurigen Schlangen, so sehet nur ja nicht den Gedanken und Schlangen zu, sondern kehrt eure Augen ab und schaut die eherne Schlange an. Das heißt Christus, der für uns gegeben ist. So wird's besser werden, so Gott will. Es muss aber, wie gesagt, gestritten sein und immer von den Gedanken gelassen sein. Fallen sie ein, so lass sie wieder ausfallen, gleich wie einer Flux ausspeit, wenn ihm Kot ins Maul fiele. So hat mir Gott geholfen.